So, endlich komme ich mal wieder dazu, ein Tutorial zu machen. Beziehungsweise ein Video, denn es wird gar kein Tutorial sein. Ich stelle einfach nur mal den Anfang von einem Spiel vor, das ich mal gemacht habe. Und da ich im Moment eh nicht dazu komme, daran weiterzuarbeiten, zeige ich das einfach mal. Ja, es ist halt die klassische Geschichte, Dunkelheit gegen Licht. Finde ich eigentlich nicht so gut, weil die halt schon ziemlich ausgelutscht ist, die Geschichte. Aber, ja, die Geschichte basiert halt auf einem Buch, das ich geschrieben habe. Manche wissen vielleicht, dass ich ganz gerne schreibe. Und, ja, dann habe ich dazu halt ein Rollenspiel entwickelt zu dem Buch. Ja, und da ist das halt so. Ja, was kann man dazu sagen? Das ist erst mal das Intro. Ganz einfach gemacht mit dem Maker und mit ein paar Bildern. Ja, wie gesagt, ich werde es halt einfach mal vorstellen und sagen, was man dazu so Maker machen kann, wie man das realisiert und so. Ja. Das war das Intro. Fand ich eigentlich ganz gelungen. Und das ist unser Held. Ja, Sturm der Kreation. So hieß das Buch ursprünglich mal, aber über den Titel kann man streiten. Ich würde ihn jetzt vielleicht anders nennen. Gut. Dann beginnt jetzt das richtige Spiel. Boah, was ist denn jetzt los? Eben war ich doch noch in Amstetten und es war Winter. Wo ist der ganze Schnee hin? Es ist so warm. Erst mal den Schal ausziehen. Escape drücken, um ins Menü zu gelangen. Ja, also wir sehen, wir können uns hier nicht bewegen. Und wenn wir was auswählen, dann kommt auch nur, ich wollte den Schal abnehmen. Also Ausrüstung, Schal und Ablegen. Wir sehen auch schon, der hat uns nur verschlechtert, weil warm und Schal ist ja nicht so gut. Gut, dann die Impopware lege ich noch ab. Das ist ein nettes Item, das ich entwickelt habe. Aber das bringt uns, das kann ich später nochmal genau erklären. Wo bin ich? Wie bin ich hierher gelangt? Ich bin von diesem Engel geflohen und dann war ich hier. Hm, seltsam. Okay, man wird halt so direkt in die Story reingeschmissen. Finde ich eigentlich ganz cool, weil so muss man nicht so lange warten. Ah, schon wieder ein Dämon. Habt ihr es nicht langsam begriffen? Meiner Gedanken allmacht seid ihr nicht gewachsen. Okay, der Charakter verfügt anscheinend über Gedanken allmacht. Was das genau ist, wird sich dann im Verlauf der Story auch noch klären. Ja, hier sehen wir schon Angreifen oder Allmacht oder Abwehr oder Item. Bei der Allmacht haben wir von Anfang an den Zerschmetter-Gedanke. Wir werden nämlich feststellen, dass der nicht funktioniert. Und Beschwörungen. Beschwörungen lernen wir aber erst später. Darum zeige ich jetzt erstmal den Zerschmetter-Gedanke. So, du bist erledigt, Freundchen. Ich stehe mir vor, wie dich ein riesiger Blitz zerteilt und mache den Gedanken zur Wirklichkeit. Also scheinbar kann er Gedanken zur Wirklichkeit machen. Aber, wie man sieht, es ist nichts passiert. Verdammt, gerade jetzt muss die Gedanken allmacht versagen. Dann eben auf herkömmlichen Wege. Jo. Alles klar, wir hauen ihn jetzt einfach. Wie ihr seht, habe ich das Kampfsystem auch noch nicht vollkommen auf Deutsch übersetzt. Das würde ich dann erst später machen. Das ist doch ziemlich stark. Also die Balance und so habe ich halt auch noch nicht hergestellt. Ich setze hier mal Beschwörungen ein, damit ich den Gegner schnell kaputt machen kann. Also das Balancing muss ich auch noch korrigieren. Eindeutig. Mist, was ist mit der Dämonenkraft los? Ich habe es doch so gemacht wie immer. Vielleicht hat es etwas mit diesem Ort zu tun. Eine Falle von Wolf womöglich. Ich probiere es nochmal. Sich den Wunsch deutlich vorstellen und dann einfach Realität werden lassen. Kacke. Es klappt scheinbar nicht. Ohne Gedanken allmacht, nicht den Dämonen von Wolf hilflos ausgeliefert. Ich suche mir besser schnell eine Waffe. Ja, wie man sieht, habe ich die Face-Grafiken auch schön benutzt, finde ich. Also sie drücken halt wirklich, unterstreichen die Dialoge und die Monologe auch schön, weil sie halt auch sich ständig ändern. Drei alte Leinsäcke. Ein neuer Trick. Wolf ist alles zu zutrauen. Solche Säcke gibt es doch bestimmt seit 500 Jahren nicht mehr. Wo sollen die herkommen? Naja. Kurz hineinschauen kann ja nicht schaden. Hey, das ist ja Medizin. Klasse, genau das Richtige. Dennoch. Womöglich ist es vergiftet oder so. Ich sollte sie nur im Notfall verwenden. Jo, alles klar. Das ist aber Notfall. Oh, und sie war scheinbar nicht vergiftet. Ja, jetzt können wir hier uns rumgucken und werden dann, werden dann hoffentlich Äste finden. Also wie ihr seht, könnte man den Dämonen leicht ausweichen. Hey, hier ist ein großer Ast. Den kann ich sicherlich gut als Düppel verwenden. Schon besser so. Dann erkunden wir mal die Gegend. Ich frage mich, wohin die Chris bleibt. Eigentlich hätte er mich doch schon lange einholen müssen. Ja, wie gesagt, ich finde man zum einen ganz cool, dass so viele Fragen aufgeworfen werden und zum anderen ist es halt ein bisschen verwirrend, finde ich. Aber ich finde, das macht auch den Reiß des Spiels aus. Am besten lege ich zuerst meine neue Waffe an, bevor ich weitergehe. Ja, machen wir auch. Knüppel. Bestens. So, ich will nicht gegen dich kämpfen. Komm, ja. Hm, Himbeeren. Autsch, spitze Dorn. Moment mal, die kann ich doch sicherlich um den Knüppel wickeln. Perfekt, ein Stachliger Knüppel. Ja, wie wir sehen, haben wir jetzt auch direkt einen Dornenknüppel als Waffe. Der ist um einiges stärker. Ja, so, jetzt gucken wir mal, ob ich diesen Ast jetzt auch aufheben kann. Ja, super, noch ein Ast. Ist allemal besser als nur mit einem. So, wie ihr seht, habe ich zwei Waffen. Die Himbeeren sind jetzt leider schon weg, das heißt, ich kann mir nicht noch einen Dornenknüppel machen. Ähm, ja, normalerweise sollte man jetzt hier mindestens ein paar Gegner besiegen, damit man Level aufsteigt. Aber, denn hier kommen drei Gegner auf einmal. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die Beschwörung. Ähm, wie gesagt, Beschwörung tötet einen Gegner. Und, äh, es, äh, holt halt, beschwört halt einen, ähm, Dämon. Ja, wie man sieht, ist hier eine schöne Animation, die finde ich ganz cool. Ja, ein Gegner stirbt. Und, wir haben in unserer Party einen Dämon als, ähm, Teamkamerad. Ja, ähm, Beschwörung ein zweites Mal klappt nicht, weil wir halt einen Dämon schon in unserer Gruppe haben. Das zeige ich jetzt auch mal. Ja, wieder das gleiche, Animation. Damien wird böse. Damien versucht einen Dämon zu rufen, doch es befindet sich bereits einer unter seiner Kontrolle. Ja. Gut. Dann hauen wir jetzt einfach drauf. Na, toll. Der Dämon ist scheinbar nicht so stark, wie ich gedacht hatte. Ja, das Balancing, wie gesagt, ich muss es nochmal korrigieren. An excellent hit. Ja. Wie gesagt, ich bin mit dem Spiel auch gar nicht, auch gar nicht so weit. Äh, es gibt halt nur sehr wenige Maps. Aber es ist eigentlich relativ viel Arbeit drin gewesen. Ja gut, wir sind auf Level 2. Geschafft. Möchte ich zu speichern, bevor, äh, fortgefahren wird? Ja, sicher. Und, sollte ich ja noch mal sein, wenn ich ehrlich sage. So. So. meditating.